Musik Herzlich Willkommen bei einem weiteren Video Torchstein 2 Heute mit dem lieben Pse Servus Wo bist du denn? Bitte In der Mitte Ah da Aber du bist ja echt voll weit Du hast gestern ganz schön viel gespielt Ich hab dauernd noch einen Stern Wo ich hin muss Wollen wir den erstmal kurz machen? Oh, hier unten? Ja Na gut Ja ich bin leider noch nicht so weit wie du Du bist schon Level 32 Ich bin noch 25 Aber mit dir an meiner Seite Mit dir an meiner Seite So werde ich wahrscheinlich ganz schnell gezogen von dir Eigentlich wollte ich heute ein anderes Spiel aufnehmen Aber jetzt spiele ich mit dir Wo bist du? Lade Achso Ich eigentlich noch Skillpoints die ich verteilen kann Oh, keine Rückmeldung Oh, das ist nicht gut Na dann dackele ich mal ganz schnell hin zu der Mischen die ich noch machen muss Komm gleich nach Ja Kannst du ja dann einfach bei mir rein spawnen Oh, 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 oh Okay, das war eine dumme Scheißidee Obwohl es geht, es geht Die hab ich ja weggepullert Psy has disconnected So, weiter, weiter, weiter Dann versuche ich mal so schnell wie möglich auf dein Level zu kommen Hä? Wie sehe ich denn das Spiel hier durch mir? Ah, das Spiel müsste man auch sagen Hm Oh, diese Scheiß Typen, die sich immer wegscannen So, so Wupp Die gehen einem ja voll auf den Sack So Bam Hast du das Spiel gefunden jetzt? Nö Hast du auch oben auf Dings gedrückt, ja? Auf, ähm Dings only Ja, nee, und dass du das aktualisiert hast Ja Ich nehme mir nur mal hier ganz schnell eine Mission an Uh, die nehmen wir an Komisch Oh So, die Quests hab ich hier auch komplett Und schon Level up So, dann kann ich hier einfach mal ein neues Spiel aufmachen Ja Also ist es sehr komisch, dass ich das nicht finde Dann drücke ich mal hier erstmal Save Uh, verpiss dich Oh, warte, den muss ich auch noch grad hier rein So Was hat der hier für mich? Nehmen wir das So Dann geh ich jetzt einfach hier raus Und, äh Mach ein neues auf Das ist ja gar kein Problem Aber ganz schnell Aber ganz schnell mach ich das So, Internet Create Wupp, wupp Play Aber ganz schnell, junger Mann Oh, jetzt haben wir's Ich hab's auf Ja, das hab ich auch sofort gefunden Ist ja merkwürdig Oh, was bist denn du für'n Tier Warum? Ich muss nur noch grad mal Skillpoints verteilen So Dann nochmal hier rein, bitte Uts, 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 uts Ach, meine Nase ist so zu Bist du auch erkältet? Ja Riechen Zum Kotzen ist das Diese Jahreszeit gerade Zum Kotzen Zum Kotzen So Ich bin da Jetzt schon wieder los Hast du schon wieder ein Problem? Ja Keine Rückmeldung Okay, dann gehst du einfach wieder ins Spiel Und Kommst dann zu mir Also Teleportierst dich direkt zu mir Falls das irgendwie Ja Das Problem ist Kann ich schon mal ein bisschen leveln? Da, 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 da Ich sammle immer erst Monster zusammen Weißt, ich renne immer so ein bisschen an denen vorbei Und dann Wenn ich's in der Gruppe habe Dann macht's ein bisschen mehr Spaß Oh, hier geht's nicht weiter Kaputt gemacht hab ich den Den hab ich erst recht kaputt gemacht Okay, bin ich auch falsch Äh Hier verläuft man sich gerne mal, ne In der Wüste Interessant find ich Dass genau wie bei Diablo 2 Hier der zweite Akt auch in der Wüste spielt So weit hab ich nicht gespielt Was, Diablo? So, das ist ne schöne Gruppe Und auf die Ome Weißt du, was ich gerade hochlade? Tony Hawk Pro Skater HD Hab ich ne eine Stunde mitgemacht Ja, lad ich gerade hoch So, ich warte auf dich vor der Vor dem Dungeon Ja Aha Okay The Area Und jetzt Bist du jetzt da schon wieder durchgegangen Oder hast du dich direkt über dem Waypoint? Ne, nicht zu dir Hätte ich wohl mal machen sollen Weil ich weiß nicht, wo es ist Ja Einfach irgendwie hier runterkommen Warte mal Ich geh noch Gerade oder unten? Unten Hier, da kommst du doch Ja Hier runter Ich hab den Punkt auch gar nicht gesehen Wahrscheinlich ne Quest, die du dann schon gestern erledigt hast Die ich jetzt aber noch brauche hier Und du magst Torchlight, ja? Ja Und chest Du kannst die Ladesequenzen von Torchlight unheimlich runterziehen Indem du irgendwie so ein paar Sachen ausmachst Wie Filling Light oder irgendwie so heißen die Die am Aussehen nicht viel machen Also das Spiel sieht immer noch fast genauso aus wie vorher Aber dadurch lädt es nicht mehr so lange Hab ich zum Beispiel gemacht und jetzt bin ich so fast immer der Erste Was mir jetzt aber auch nichts mehr bringt Weil ich dann immer auf alle warten muss Oh nein, ich bin tot Ich deb Na gut, aber dann kann ich gleich zu dir hin Finde ich irgendwie komisch, dass der Tod hier nicht so ärgerlich ist Jetzt stirb doch, du Penner Platz Oh, schon wieder so ein fetter Was spielst du jetzt gerade für einen? So ein Jäger Ja Dieses scheiß Teleportieren Das geht mir so auf den Sack Ja, jetzt kannst du nicht Oh, wie, das kann sich da doch Das ist doch kacke Jetzt hat's kein Panzer mehr Oh, ich hab keinen Inventarplatz mehr frei Ich muss mal was verkaufen Ja, komm mir gleich Ja, komm mir gleich Was ist denn das? Krasse Schild, aber Bring mir ja nichts So, das kann auch weg So, bin wieder da Jo Ich bin noch gerade am verticken Kleinen Moment Achso Tick, ticker, ticker Uh, das ist ja geil Ja, aber man kommt das raus Und dafür kommt der da rein Das geht noch weg Das geht weg Das geht weg Mein Tier kann gleich mit so viel Scheiß weglaufen 8% Nehmen wir ab den So, und weg mit dem Pet Okay, kein weiter Achso, hier waren ja noch Sachen, die ich So, jetzt haben wir so Ich brauch doch unbedingt Platz Black Das find ich so geil, wenn man einfach nichts sieht Und einfach ist überall Platz Ich brauch mal Energie Oh, hier geht's schon zum Endgegner Oh Alter, du Du hattest getötet Ja Alter Nein Wie hat er dich? Oh, beinah Beinah hätte er mich Das war ja echt mal knapp gerade Und dann hat's ein bisschen geleckt Weil du gerade wieder reinkamst So, jetzt bin ich aber wieder voll da Eigentlich kommen wir runter zum Endgegner Wenn du willst Ja, ich komme Ja, komm Baby, komm Und rein Ich bin heiß Wo ist der Typ? So heiß wie ein Volkant Ah Ah, blöde Federmaus Ach, das Oh, dicker Mammut Ja, Mann Da kommen gleich zwei Ach, hör auf Hau drauf Hau drauf Hau drauf Okay, jetzt den Dicken Oh, den kann man nicht so leicht schieben Zu Sparemann kann man den auch nicht Dicke Kohle, äh Dicke Kohle Gibt's hier noch Roboter-Parts oder sowas? Habe ich nicht gefunden Die Höhle ist ja doch schon ganz schön groß, ne? Ja, aber nur gegen diesen beiden Dicken Dingern hier Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo noch was finden Ah 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 Weil Kohle Kohle, 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 Kohle Dahinten hast du nichts gefunden? Mhm Aber das, äh, hat sich ja finanziell auch ganz schön gelohnt hier Finanziell gesehen? Ja, war das eine feine Angelegenheit Ah, hier ist noch Ja, hier ist ja nichts, nö Dann war's das Hier kann ich auch nichts machen, ne? An dem Brennen, ne Ach, dann komm ich mal Zurück nach Haus Was? Zurück Ja, ja, ich komm zurück ins Heimatdorf 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 Jetzt lädt er aber auch verdammt lange Gott, warum lädt denn der so lang Hat er bei dir auch so lang geladen? Ach, jetzt bin ich da So Äh, jetzt hab ich da oben noch ein Fragezeichen Ach, du bist jetzt in die Stadt gegangen hier mit dem Portal? Mhm Dann komm ich auch erst mal Kann doch zurückkommen Ja, komm zurück, lass erst mal zum Fragezeichen Alles niederwählen, was es so gibt Kannst du schon hier auch Mach ich Kannst du ja zu mir scrollen Und gerne Und gerne Wo hast du denn ein Fragezeichen? Ja, einfach hier geradeaus hoch Ich renne die ganze Zeit so nördlich Ich werde von irgendwas blockiert So, noch ein Stück hier Ne, das ist ein Schrein auf Mana Was haben wir hier vorne? Wow Ja, ich komm aber die Richtung still Hast du einen goldenen Schlüssel? Nee Du etwa Nö Jetzt habe ich You found Was ist denn das? Mystery Gen Was ist ein Mystery Gen? Kann man damit vielleicht Oh, cool Ah, hier ist wieder ne Blöden Truhe Hattest du jetzt Nen goldenen Schlüssel? Nö Was ist Mystery Gen? Oh, jetzt hast du Wo hast du denn das eingesetzt? Hier An diesem Schädel Von so nem Triceratops da Schädel vom Triceratops Hier, wo soll Hier Hier leuchtete so ein Auge dann Und dann kamen die Zwei Schattruhen hoch Auch nicht schlecht Na, kann ich ja schon wieder Zeug verkaufen Ursula Dab Dab O Du Dab Mach Zab Dab Wir Was ist denn da? Ja, ich vertick grad wieder Zeug. Alter, was geht mit dem Setup? Ist ja auch nicht schlecht. Das hebe ich vielleicht mal auf. Uh, weg. 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 Wofür sind diese... Achso, das ist ein Schulterpolster. Strange Attitude bonus. Hm. Nicht wirklich besser. Du bist nicht, äh, so'n, so'n, so'n Mechanic, ne, Typ. Ich komme. Hä, ne, 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 ne. Kohle, 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 Kohle. Die Material ist voll. Noch ein Stück. Und hier ist das Portal... Ne, hä? Ist ein Waypoint. Da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich gar nicht hin. Hier musste ich hin. Mit so'ner doofen Sphinx reden. Ich warte, bis du da bist. Achso. Hm. Okay. Ja, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Ja, Quatsch, Quatsch. Quatsch, Quatsch. So, und Rainer. You have a new quest. Und dann kriege ich ne voll fette Klaue, Mensch. Mit 236 Schaden. Und sie hätt' ich's hier auch geben können, aber... Wie, die hast du? Oder hast du schon vertickt? Habt. Brauch' ich ja nicht. Hast du hier schon? Ne, warum soll ich hier schon gewesen sein? Roboter stehen nicht so auf Elektro-Schaden, ne? Was sind das hier für Mumien? Wo kann er's hier einstecken? Kaputt machen! Gott, verlieren die Schrauben und muttern. Mein Mana ist low. Den kannst du nur schaden, wenn der Schutzschade weg ist. Ah, mach' ich doch gerade. Ah, das sind hier schon ganz schön harte Gegner. Alter! Alter! Nicht sterben. Ich komm' zu dir wieder hin. Alte Kacke. Das ist ja hart. Das ist ein frecher Hund. So, wieder da. Freche Type. Geh' sterben! Ja, das ist natürlich... Als Distanzkrieger ist das geil. Ne, wenn die Viecher mal wieder abhauen. Blöden Pisser. So, ich bin da. Oh. Sorry. Was denn? Ich hab in deinem Video aufgestoßen. Das hat man gar nicht gehört. Hat gar keiner wahrgenommen. Ja, Level ab. Gleich mal verticken. Oh. Nein, ich sterbe schon wieder. Oh. Oh, wo bin ich denn jetzt hin? Frechheit hier. Oh, 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 wo bist du? Gleich bei dir. Du denn da? Hallo. Ja, ich seh dich ja. Er rastet hier voll aus. Ich krieg von denen derbe aufs Maul hier teilweise. Wo müssen wir denn hin? Ja, wahrscheinlich hier auch wieder so einen Endgegner finden. Das ist kein Stern. Ne. Ah, guck mal. Ich kann ihnen trotzdem wehtun. Auch trotz Schutzschild. Das ist wahrscheinlich nur für deine Distanzwaffen. Gäh. Gäh. Was passiert denn hier? Oh, schnell durch. Ey. Freak ey. Das geht doch nicht aus. Ich bin auch schon durch. Bist du zufrieden mit deiner Klasse? Oder denkst du dir manchmal, eine andere wäre doch ganz gut? Ja. Was jetzt? Also zufrieden? Nein. Eine andere Klasse wäre doch schon toll. Magier ist geil, ne? Was geht hier oben ab? Ja, so ein dicker Enzo Brute. Komm, geh platzen, du. Oh, da ist er. Da hin, der Mooncutter. Ja, gut. Dann müssen wir wohl nach ganz rechts. Ich stehe alles nichts. Komm, löst du nur da durch. Hä? Bei mir war es weg. Okay. Blöde Ninjas. Ich sehe gar nichts. Das Spiel ist manchmal... Es ist so viel gewudelt, ne? Das ist so pervers. Aber der Vorteil daran ist, wenn es wirklich so viele sind, dann fallen ordentlich Erfahrungspunkte raus. Angriff der Klonkrieger ist das hier. Das ist so, ich weiß. Okay. Ey, du stößt die aber auch ganz schön weit weg, ne? Die Typen Kommt auch mal was ich mache, ja Ich weiß gar nicht, ob wir hier richtig sind, aber wird wohl, ne? Solange Gegner rumrennen, ist man richtig So, könnte auch sein, dass wir andersrum müssen Ach, jetzt auch Aber hier sieht es schon ganz gut aus Ja Oh, stirb, du Penner Oh Stop Warte Ja, wo bist du? Musst du verticken? Ich könnte die ganze Scheiße hier verhaufen Ja, mach ich auch mal schnell Oh, ich sowieso nicht drauf gucken, weil Oh Gott Willst du denn einen Ring haben? 4x13? Wie 4x13? Ja Also alles, oder was? Alles Voller elektrik 13 Level 24 Ring Aber Ich bin nicht so viel, ne? Ich habe ein Level 28 und ein Level 24 Ring ist okay, brauche ich nicht Das ist ja geil, Dexterity Armour weg Das kann auch weg, weg 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 Auch weg Auch weg So Bist schon weiter, oder was? Bist hier oben gar nicht weiter geguckt, oder bist hier oben runter? Gibt es nichts mehr Ja, die Quest haben wir noch nicht erfüllt Irgendwo muss es noch tiefer runter gehen Ah, hier gibt es wieder Gegner Ah, hier gibt es wieder Gegner Alter, was geht denn hier ab? So ganz sauber waren die gerade nicht, ne? Oh Boah, ich dachte schon, ich kapiere wieder Ah, da unten ist der Eingang Umpa, 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 umpa Ich gebe meinem Pad vorher noch was zu futtern Okay, dann los Stop Ah, ja Jetzt Oh, jetzt gerade ist echt voll ungünstig Weil ich hätte mir beinahe gerade voll die Finger abgekokelt hier Verdammte Axt Man sollte nicht, äh, spielen und rauchen zugleich Hoch Ach, gehst du schon mal rein, ja? Ja Okay Oh Der ist ja stark Wo ist er? Na da Na da Na da Oh Oh, mana Oh God God Oh Oh Oh, meine Oh, meine So Oh Die hat 100 mehr Schaden als das, was ich gerade habe Voll geil Voll geil Oh, mein Ding Oh, mein Dingsel ist voll Oh, hier Goldener Schlüssel Wo war die Truhe? Weißt du das noch? Ich habe noch keine gesehen Doch Ich muss gleich mal was verkaufen hier Ah, hier Da muss ich jetzt erstmal was loswerden Das ist zu viel Scheiße, die ich hier habe Ja, den wollte ich haben Ah, so eine Kacke Ich habe irgendwann aus Versehen meinen Handschuh verkauft Ich habe gerade keinen Handschuh Ich weiß nicht, warum mir sowas immer wieder passiert Das ist echt peinlich Ich will handeln Drücke Drücke okay Mach ich gleich Ich will gerade noch das Zeug hier loswerden Ach komm, das geht jetzt auch weg Das auch Den Handschuh kann ich noch nicht tragen Das geht auch weg Das geht auch weg Das geht auch weg Und Weg, Peck Ja Aber du hast nicht zufällig einen Handschuh, ne? Nee, habe ich gerade schon geguckt Irgendeine Scheiße Ja, da ist mein Helm besser Den Schuh kann ich noch nicht tragen Was hat es mir noch gegeben? Den Ring, ne? Habe ich auch einen stärkeren Ring Nee, hat sich nicht so wirklich gelohnt, der Handel Hast ja nicht gehandelt, hast ja nur bekommen Hab ja nur bekommen, ja Dumm, 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 dumm Hier bin ich richtig Hier müssen wir hin Ins nächste Dungeon Hallo Hallo, Mav Äh, hallo Okay Äh, ist das Aufnahme? Natürlich Natürlich Äh, ja, äh, sorry Lass mich da rein platzen Äh, dann, dann, dann Schreibe ich mit WhatsApp Na, dann mache ich dann später Okay Sprich doch Ja, sag doch einfach Lern legen und schreibe Ja, was ich denn Ja, es ist ja dann sprechen Äh, ihr wisst doch, dass, äh, Leitung zu schwach ist bei mir für, für Torchlight Ja Und, äh, zumindest bei, äh, vier Spielern oder was Und, äh, vielleicht hat der ja mal Lust, irgendwie Ich hab auch schon die anderen angefragt, äh, einfach mal, äh, in einer kleineren Gruppe Vielleicht auch nur zu zweit zu zocken und das dann aufzunehmen Machen wir ja gerade Ja, ja, aber jetzt, ja, ich zähle nicht, dass ihr ein Zocker seid Ja, ich hab die fette Klaue Die will ich jetzt ausprobieren Wo ist er, wo ist er, da ist er 200 Okay, Mev Machen wir mal, ne Machen wir mal Das ist so wie, äh, Werbung gerade jetzt Jetzt kommt wieder der Mev Wo ist denn hier dieses Vieh, ähm, was, was, äh, Gegenstände verzaubern kann Hier unten, der Würfel oder? Nee, nicht, nee, dieses mit dem Blitz auf den Kopf Ah, da oben, warte mal, ich, ich seh's gerade Wo seid ihr denn gerade? Äh, hier im zweiten Akt Der Riepech Ja Hauptstadt da Ja, in der Hauptstadt In der City In der City Ja, ich weiß aber nicht, äh, irgendein so Kleinort gegen Kleinort, keine Ahnung Kleinort gegen Kleinort Kleiner Ort, ja, kleiner Ort Ja, ich witzig ja, wen in der Aufnahme, keine Ahnung Ach so, Kleinort gegen Kleinort Ja, ich witzig ja, wen in der Aufnahme, keine Ahnung Ach so, Kleinort gegen Kleinort Ja, auch, kleiner Ort gegen Kleiner Ort Was ist denn das hier? So Albrecht, der Transmuter, was kann man bei dem denn machen? Albrecht Albrecht, der Transmuter Albrecht, der Transmuter, Alter Was kann man denn bei dem machen? Keine Ahnung So was reinhauen? Nee, hä, ich check's nicht Ach, hau ab, Albrecht, der Transmuter Nee, Albrecht hat keine Ahnung Wo kann ich denn hier noch was verkaufen? Wie immer zu der alten Ach ja, weg, 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 weg Albrecht, der Transmuter Ja Oh, so ein schöner Helm Wo ist, wo ist denn hier die Kiste? Kannst du mir das noch sagen? Ich kenn mich hier noch nicht aus Alex, wo steht die Kiste? Weiß ich nicht Welche Kiste? Na, es ist Shared-Kisten Wenn ich dich durch den Dreck gezogen hab Nein, Mann, Shared-Kisten Ja, hier Weißt du das hier? Ja, ja, ja Hab ich doch gesagt Alex ist currently busy Ach so was, so was von busy bin ich, Alter, pass auf Warum können wir denn jetzt hier nicht handeln? Weil ich busy bin So, und wo kann ich jetzt hier noch einkaufen? Ich brauch noch Handschuhe, verdammt Dann, dann bin ich fertig Ah, hier ist der Schmied Gib mir mal geile Handschuhe Aber da ist ich schon lange bei dir hier Ja, tut mir ja leid Ich brauch mal Handschuhe Aber für die Zuschauer sehen das genauso Ja Ja, man muss auch noch mal so ein bisschen einkaufen Ja, dann brauchen wir mal ein bisschen Handschuhe Also man muss schon aufpassen, was man hier so verkauft 157, nee, da hab ich ja ne stärkere Komm, fuck you Lass uns weiter Ich hab nen Helm für dich Äh, wie stark? Stark? Ja, Physical Armor 15 Ja, meiner hat 12 Dann, äh, her damit Aber um plus 100 leben Immer her damit Aber ich kann doch nicht traden hier Ach, jetzt auf einmal ja Nehme ich Willst du meinen Helm dafür, um ihn zu verkaufen? Das ist auf dich Hey, du hast ihn mir nicht gegeben Da Nein, Homo Der ist noch nicht da So So, mach nochmal Ich muss aber erst mal auf OK drücken So, danke Oh, kann ich noch nicht benutzen Erst ab Level 29 Ich raste aus Bist du ab 29, hast du gesagt Ich bin 28, kurz vor 29 Ach ja Ja, dann behalte ich ihn erstmal im Inventar Okay, wir müssen hier lang Ah, der ist richtig geil, ne? Was für Level sollte ich denn eigentlich schreiben? Hast du gerade gehört Ich 28 31 Um Pseudo Genau 31 Wenn ich hier mal weiter mit Alec umlaufe, bin ich übermorgen 33 Ah, halt die Schnauze Sind das eure höchsten Charakter? Ja Ich hab nur einen, ja? Ich hab nicht so viel Zeit wie du Ja, ich auch nicht Tut mir leid Ich spiele auch noch ein anderes Spiel Ich doch auch Mach mir doch nicht so fertig, Junge Doch Das ist unser Höchstes Auf Äh, unsere höchste Aufgabe Weißt du, morgens Morgens fach ich immer auf mit so einer To-Do-List Und auf Platz 1 steht Math ärgern Treiben wir für eine SMS Haha Wollen wir hier rein, ja? Ja, warte mal, was hat denn der so? Wollen wir hier rein, ja? Oh, der Gürtel ist toll, ja? Den hätte ich gerne Na, dann los, rein da Cool, das können wir ja endlich mal meine West machen hier Die gelbe Gefahr droht Der Das soll ich zwar übernehmen, finde ich Die gelbe Gefahr Warte kurz, warte bitte Ja, worauf soll ich denn warten? Du setzt hier immer gleich in sowas ein Portal, oder was? Ja, weil du hier bestimmt sterben wirst Ich doch nicht Schon mal gesehen, dass ich sterbe, oder was? Guck mal, ist doch voll Quatsch, dass ich sterbe hier Das geht doch ab wie Wie Luzi, weißt du? Oh, ein dickes Blubbels Ein ganz dickes Blubbels ist hier Oh, ist das ein dickes Blubbels Boah, das verträgt aber auch ordentlich, was das dicke Blubbels Jetzt stirbt das dicke Blubbels Du, Merv, ich wollte ja eigentlich heute anfangen mit Sleeping Dogs, ne? Aber der, der, der Pseudo hat mich nicht gelassen Pseudo, also ehrlich Also davon habe ich gerade jetzt schon zum ersten Mal gehört Ja, ich habe doch gesagt vorhin, ich wollte ein anderes Spiel heute aufnehmen Ja, ja Du Sau Aber ich habe ja heute noch Zeit Du hast Urlaub bis Dienstag oder sowas, ne? Was heißt Urlaub? Ich habe frei Nicht Urlaub Urlaub ist, ich kriege auch Geld dafür Frei ist, ich habe frei und kriege nichts dafür Sozusagen mehr Stunden abbummeln Achso Also ich liege in dem Haufen drin Ja, man sieht nichts, ne? Es ist schäbig gerade Schäbig wie sonst was hier Das könnte echt was werden Weil dann, ich habe jetzt 198 Abos bekommen 198 Kommt nochmal ins Spiel Nee, ich habe keine Zeit, ich muss jetzt am Puttern und, äh, dann muss ich los Glück und leidens, will ich auch rechnen Wie bin ich denn gerade mit Abos gestellt? Ich weiß es gerade nicht so aus dem Schädel Ja, warte mal eben Dann könnte es ja wirklich was in die Richtung, äh, wir machen uns zusammen werden 197 97 Und du hast 98 Ist ja lustig, jeden Tag, äh, sind wir immer ein auseinander Ähm Vielleicht kann das ja gleich Könnt ihr da eigentlich auf den anderen kurz warten? Ne? Irgendwie einen Teil Das ist nicht wert, das ist der was Ey, jetzt mache ich den einen kaputt, wenn das zwei, oder was? Ich weiß gar nicht, wo du gerade bist, mein Freund Wo ist denn eigentlich der, Alex, hier, ne? Ja, ja, Lunke wollte ich gerade sagen Der, Lunke, Alex Ja, du bist hier oben, ne? Ja, ich muss doch die Haufen hier kaputt machen Ja, du musst es eigentlich, nur noch Ja, gegen Käfer, ne? Käfer können mir nichts, ne? Du hast nur 15 zugefügt Was habe ich? In deinem Kanal, wenn du alles spielst Ja, alles abgeschlossen, auf jeden Fall Das Problem ist, allzu viel mehr darf ich nicht abschließen, weil ich kann nicht viel mehr da hinschreiben Ey, würde ich ein paar Sachen raus Ja, muss ich dann ja auch Ich weiß nicht, wie die Hits sind oder so Ne, was ist mit dem hier los? Sag mal Haben die heute keinen Bock zu stammen, oder was? Ja, die, die leben echt ganz schön lange Du musst auch immer hinterher laufen, das nervt voll Nervt mega Einen hab ich Ne, ich Ne, ich hab auch einen Okay, dann haben wir nur noch den hier Okay Boah, die waren ja nervig, ne? Den hab ich Aber weißt du was? Wir hätten hier gar nicht hergemusst Aaaaaaah Nö, nichts Aber ich wenigstens 200 EP gekriegt, ja Ja Hehehe Ein Polizist miiiiit Mithenhorn Ich guck mir grad Foto von mir an Von was? Von meinem Neffen Ja Es passt jetzt zwar gerade im Let's Play, aber äh Es ist super süß Let's play mein Neffe O, 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 das geht in ne ganz böse Richtung Let's play Nephew Nephew Alter Der Neffe heißt bestimmt Matthew Ne, Neph Neph, 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 Neph mit N Mal, ne, ne Ah, der Neph 2000 ist das Ach, ne, 2010 Warum? Wie alt ist denn der? Der ist so anderthalb. Weiß ich gerade gar nicht so genau. Der wohnt halt im Schweig. Mein Schwester wohnt halt im Braunschweig nicht so oft. Dann seid mir jetzt mal einen Link geschickt. Vor dem Dropbox. Jetzt sind ein paar Bilder drin. Ah nicht! Hinterher kommen die ganze Leute schon an bei dir. Gib mal Link! Gib mal Link! Von deiner Schwester. Von deiner Schwester genau. Oh bitte was ist denn hier los? Weißt du was geil ist? Dass du die ganze Zeit gesagt hast. Ich mach mal ein Portal. Du wirst ganz bestimmt sterben. Ich bin noch keinmal gestorben und du schon zweimal. Zweimal? Hast du mitgezogen? Ja ich zähle mit. Weil ich das ja für Unsinn hielt. Und deswegen achte ich da ganz genau drauf. Gut dann lass ihn hier auch mal sterben jetzt hier. Alex retten so ein Quatsch. Ja ich warte auf dich. Ja du wartest nicht. Ich hab hier voll zu tun. Ich nicht oder was? Aber wir sind doch hier zusammen Mensch. Ich hab dich in dem ganzen Gemetzel nur nicht erkannt. Weißt du? Du gleichst nämlich dem... also dem... vom Äußeren einer Schabe sehr genau. Mhm. Mit meinem Kopf. So. Oh. Wenn ich nicht einmal... Oh was ist das denn hier? Hier. Hallo. Hallo. Wolltst du hin? Hier. Mega hoch. Ja weg weg weg. Diese kleinen Schaben sind voll lächerlich. Da. Ja. 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 na 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 na. Aber mir... glaubst du... Mir hat, glaub ich, Diablo 2 mehr Spaß gemacht. Warum? Weiß ich nicht. Einfach so... Der Look macht viel kaputt bei mir. Mir gefällt der Look. Dieser Comic-Look? Ja. Und es ist ein zu großes Durcheinander. Also hatte Diablo auch, aber hier ist es manchmal echt so, es platzt und explodiert einfach alles. Das ist ja ganz gut eigentlich. Der Effekt ist ja echt nicht aus. Ich finde das eigentlich ganz gut aus, aber was mich halt stört, ist, dass man dadurch, dass die Quests so durcheinander kommen und man achtet gar nicht drauf. Ich weiß nicht, ob man bei Diablo hat sich trotzdem mehr drauf geachtet. Ja, ich auch. Was abgeht. Vielleicht daran, dass es Deutsch ist. War das Deutsch? Die Diablo war Deutsch, ja. Ja. Und die noch nicht? Ich weiß nicht genau. Das stört mich ein bisschen, aber das geht man sich nicht ganz gut sein. Jetzt bin ich Level 29. Hier, komm mal her. Ja, warte mal, hier sind noch Viecher. Wo bist du denn? Ey, ich kämpfe gegen Dicke-Viecher. Ja, ich kämpfe auch gegen Dicke-Viecher. Ja, jub. Ja, ja. Nee, nur du hast ein schweres Leben. Danke. Bitte. Guck mal, hier jetzt zum Beispiel. Wir hauen gerade nur im Kreis um uns herum und überall sind blöde kleine Schaben. So. Aber dass dieses Fass nicht kaputt geht, ne? Die Fässer sind manchmal ein bisschen verpackt. Guck mal, Schabenkönig. Schabenkönig. Bist du doch der Schabenkönig. So, die Stunde ist jetzt so gut wie rum. Nehmen wir noch einer auf, oder wie sieht's aus? Bist du doch ein dreckiger Schabenkönig. Ja, du, äh, ach, krieg ich doch den Schlüssel noch Schabenkönig. Ey, ich mach so viel Schaden, diese behinderten Käfer, ne? Ja. Sehr unnormal. Ja, wir haben ja hier alles. Ach, hier, guck mal hier, da ist noch so ein Tunnel. Damit die nicht mehr rauskommen. Guck mal noch was. So, ich könnte mich auch einfach mal leveln, ich deb. Oh, ich auch. So. Hier hab ich auch noch was. So, meine lieben Freunde, die Stunde ist rum. Ich weiß nicht, wie es beim Pseudo aussieht, aber ich denke, wir könnten noch eine Stunde hinten dranhängen. Oder, Pseudo? Ja. Ja. Also sehen wir uns gleich in einem weiteren Video von Torchzeit 2. Haut rein! Auf, 털. Ich weiß nicht alles nicht, oder? Tschüss.